Sie werden den Spezifikationen des Nokia C21-Telefons nicht glauben. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe es geht euch gut und bei guter Gesundheit und im besten Fall heute mit euch ein neues Video und ihr glaubt den Spezifikationen des Nokia C21-Handys nicht. Ich hoffe, es gefällt dir, aber bevor du es dir ansiehst, abonniere den Kanal, um alles Neue zu erhalten, und lass uns jetzt der Erklärung folgen. Netzwerktechnologie GSM-HSPALTE Start angekündigt für 2022, 28. Februar Status ist verfügbar. Erschienen am 3. Mai 2022 Gehäuseabmessungen 169,9 x 77,9 x 8,8 mm, 6,69 x 3,07 x 0,35 Zoll, Gewicht 195 Gramm, 6,88 Unzen, Frontglaskörper, Aluminiumrahmen, Kunststoffrückseite Single SIM, Nano SIM, oder Dual SIM, Nano SIM, Dual Standby Bildschirmtyp YPS LCD Größe 6,52 Zoll 102,6 cm² 77,5% Bildschirm-zu-Körperverhältnis Auflösung 720 x 1600 Pixel Seitenverhältnis 20 zu 9, 269 ppi Plattform OS Android 11, Go-Edition Unisog SC9863A Chipsatz, 28nm, Octa-Core CPU, 4x1,6 GHz Cortex-A55 und 4x1,2 GHz Cortex-A55 Grafikkarte IMG 8322 Micro SDXC Speicherkarten-Steckplatz, dedizierter Steckplatz Interner Speicher 32 GB 2 GB, 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 3 GB RAM EMMC 5.1 Einzelne Hauptkamera 8 Megapixel Mit LED-Blitz und HDR 720p at 30fps Video Selfie-Kamera Mono 5 MP Mit LED-Blitz 720p Video Audio-Verstärker ja 3,5 mm klingt mir ja COMS-WLAN-Wi-Fi 802,11 BGN, Hotspot Bluetooth 4.2, A2DP GPS ja, mit A-GPS NFC-Nummer UKW-Radio USB-Micro-USB 2.0 Merkmale Fingerabdrucksensoren An der Rückseite montiert Beschleunigungssensor, Näherungssensor Herausnehmbarer Li-Ion-Akku mit 3000 mAh Verschiedene Farben dunkelblau, warmes Grau Der Preis beträgt etwa 80 Euro Und am Ende des Videos vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video